Hi meine Lieben und wir sind zurück bei Days of Berseria und ich bin schon mal ins nächste Bildschirmchen gelaufen und... Gucken wir mal, was uns erwartet. Uns sollte ein Dorf erwarten. Mit Essen. Was ist das? Kann man, glaube ich, unterlaufen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh! Oh, okay. Jetzt muss das immer noch ein bisschen übel hier mit dem... Wie man das nochmal genommen hat. Ach ja. Oh, das war ein Rundumschlag. Da konnte ich nichts aussprechen. Das ist gemein. Oh, okay. Was haben wir denn da hinten? Oh, da verfolgt mich was. Ey, ey. Willst du dir aufhören zu schießen? Oh, gehst du mir auf die Nerven? Er ist das jetzt? So. Oh, da kommt der noch für ein Orken. Oh, ne. Oh, ne. Äh, ich erspare euch jetzt mal weitere Kämpfe, glaube ich, indem ich einfach mal weitergehe. Wenn es dann brenzlig wird, werde ich offline nur ein bisschen leitet. Trinke. Oh. 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 Ich habe noch nie gesehen so etwas! Wie viel mehr habe ich verloren? Es war die Wälder, die eine Monopole an Charms und Hexes hatten. Kannst du überhaupt verstehen, was das zu tun ist? Kannst du sogar fragen, warum du in Präsenz warst? Ha! Macht für unlicensed Wälder. Es war eine Geschichte von Betrayal, die sehr schrecklich und schrecklich! Willst du mehr hören? Du wirst du schreit, ich schreit! Emotionen werden die Rafters touchen! Nein, danke. Du bist wie bei Tattletail! See, I am! Haha! Wollen wir mal gucken? Ah, dann können wir da hinten wieder... Aha! 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 Oh, die sind aber schnell! Ich habe auch Störmacht! Stell dich genau da hin, damit ich nichts mehr sehe! Boah! So! Jetzt mal weg! Aha! Die ist dran gut. Jetzt laufen wir einfach mal zurück, weil ich will jetzt weiterkommen. Und dann sieht man die Karte nicht mehr, weil mein Dirk ist davor. Es tut mir leid. Oh nein! Oh nein! Ich bin so viel Probleme, so viel Probleme! So viel Probleme! Won't somebody, Paulie's, help a kitty out? Meow! Oh, look! Another weirdo! That thing talks? What if it's a cat demon? Simmer down, big man! She's just a cat. Haven't seen one in a good long while. I haven't seen one in a good long while. Cats? Is that different from a regular cat somehow? It's complicated. Cats are a mysterious bunch. Just think of them as a special kind of Moloch. Sort of. Well, it works for me. I understand that they're hard to understand, at least. Hehehehe, I don't suppose you happen to be carrying any cat spirits on you? They look like this! Uh, yeah? That's just like what I found at Titania. Perfect! You could say they're kinda like our souls to us. Cat spirits, huh? Sometimes we call them kitten caboodles, too! That's just foolish. Really? Then how about kitty clumps? Anyway, one night we were having a feast so meowvelous, our souls flew right out of our bodies! That's why I need your help to find the cat spirits and use them to e-meowsipate my friends! E-meowsipate? Really? It means to use cat spirits to free cats who are locked away in cats boxes like these here, meow! We can just break up. Here you'd say apesipate! Hehehehe! This is my skin. Ohhhhhhh! E-meowsipate! And finally! I'm freemyeow! Okay, yeah, that's why! See? E-meowsipate! Wow. It's the magic! Shouldn't it be a cat'sipate? Wow! You're way more clever than you look! For real! I guess I totally underestimated you! Please! Our cat spirits got scattered fur and white! So many sad cats are trapped without them. Seek out the cats spirits and rescue our park lost brothers and sisters, Meow. And why should I? Please, think of the cats. You know, cats have weird and mysterious powers. It is a good chance we might benefit by having them in our dead. We'll make it worth your while, I promise. And if we snub them, they might put a curse on us. That has been known to happen. Meow. If we're doing all this traveling anyway, why not help them on the side? Just remember that it's on the side. Ich frag mich ja sowieso, warum die mir helfen. Hm. Katze ist deine Marzipiere, deine Weine mehr. Das wird etwas Gutes passieren. Ich bin mir sicher. Da hoffe ich ja mal ganz stark drauf. Und mir schon die Quatsch hier anhören muss deswegen. Hehe. So, wo ist jetzt endlich dieses Dorf mit dem Essen? Wahrscheinlich beim Stern. Okay. 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 That's okay. Well that's just inconsiderate. Word of the prison break couldn't have traveled so quickly. I somehow doubt they'll just let us in looking the way we do. Nice. I apologize about earlier. I didn't mean to steal this. Abba? The compass. You okay with this? He could be working for the exorcists. I'm following him. Hmm. Is he your dessert? If necessary. Haha. 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 Ha ha ha. Aah ha ha. Und da ist ein Speichelpunkt und da werden wir speichern und ein kleines Pusschen machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.